so und moin leute und damit herzlich willkommen zur nächsten folge von der volke verkehrsgesellschaft in der letzten folge haben wir unsere pläne überarbeitet unter anderem von der linie 100 und das haben wir ja 110 und 15 alles haben wir ja mittlerweile ganz schnieke gemacht und ja wenn wir jetzt weiter gucken wir haben ja unsere stadtbus linie die auch sehr gut laufen und wir werden jetzt mal weiter gucken was wir kurz mal einen überblick kriegen mobile app entwicklung das müssen wir auf jeden fall auch machen schon mal und wir brauchen gebietserweiterung das heißt wir brauchen noch knapp 33 pokale gebietsabdeckung haben wir momentan sehr gut unser fuhrpark sieht ja auch fantastisch mittlerweile aus und ja ich würde jetzt mal sagen in der nächsten folge also das ist jetzt hier die 20 folge glaube ich der nächsten folge gibt es dann ein kleines special das werde ich dann aber offline vorbereiten wahrscheinlich also ich werde mit nichts großartig machen ich werde nur vorbereiten für unsere nächste folge und ja dann werde ich mal eben alle fahrzeuge durch frühstücken hier das ist aber hier wir müssen echt mal automatische reinigung tanken etc freischalten das ist ja fürchterlich so dann bram 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 das muss jetzt aber eigentlich gewesen sein hier noch natürlich hier noch so dass das passt das passt auch super nicht wundern ich habe hier neben mir meine katze sitzen ich kann ja mal theoretisch nächste folge mit facecam machen die guckt ja tatsächlich recht gespannt ich hoffe mal die fängt nicht an gleich auf den tisch zu springen hier und gaben neuen bus freigeschaltet und zwar den normalen citaro und bei gelenkbus namen bei den kapa city freigeschaltet gut der ist natürlich für uns ehrlich gesagt uninteressant ich wundere mich gerade haben wir eigentlich im geben gerade keine musik mehr oder deswegen vielleicht sonst hat man ja immer ein bisschen musik hier drinnen so muss halt schnell ab jetzt haben wir freigeschaltet das ist super so was hat jetzt eigentlich unser schicht plan heute das fertig und für morgen sind hier noch ein paar busse oder pläne offene frühschicht ist offen jeweils die 115 haben mit der freie fahrzeug kapazitäten oder sieht schlecht aus wir könnten stadtbus auch die hatte mal doch die frühspitze schicken wir den stadtbus davor sonst haben wir noch die spätschicht ach so diese mittlerweile so lange die spätschichten deswegen das sind doch nur hier drei drei vier runden genau da müssen wir jetzt mal kurz gucken erst mal die frühschicht hier irgendwo einplanen das ist ja hier schon mal das wichtigste wobei irgendwelche so viel wir haben zu wenig busse 9 uhr 17 uhr wir brauchen für die stadtbusse mehr fahrzeuge und ich habe noch freie fahrzeuge super warum ist das eine zuge also ach weil das hier werk taxisaturen sind das war automatisch dann hier spätschicht drauf packen nur haben wir trotzdem das problem dass wir bus brauchen der fällig ist für die spätschicht ich kann das von mir aus normalen zwölf meter auf die spätschicht fahren aber irgendwie schlecht weil ich ja so lange schichten eingestellt habe ja nur zwei stunden schichten genau ach so hier aha das normalerweise ist dass du die spätschicht ganz nochmal genau und dann haben wir nur die spätschicht auf der 110 warum musste auch um 17 16 55 anfangen das ist doch beschissen aber es ist jetzt schlau für mich eigentlich erst schlau für mich ein gelenk bus zu kaufen für die stadt für die city genau der fährt natürlich ach so dass auch servus der fährt shuttle bus genau der fährt auch direkt durch hier wieder aber auch ein bisschen ich finde ja auch gar nix muss ich sagen war nicht hier ok bringt nichts ich muss noch mal einen stadtbus kaufen damit ich meine normalen busse wieder habe was haben wir jetzt hier wir hoffen unser geplanten änderungen und 30 menge aus dem bahnhof bereiten die keine zu großen umstände dieses geht ab morgen 30 minuten takt was wird hier neu erste fahrt und verlängert ok jetzt alles nix müssen müssen neue neue fahrzeuge kaufen schätzen wir haben ja angebote halten ach warte mal das gibt mir hier hat noch verbessern solo busse und gelenkbusse freischalten immer gerne und bei verkaufsangebot für 12.000 nach weißt du was wo steht in der sedra hier ich lasse ihn erstmal auf betrieb mit drauf und benutze ihn erstmal weiter für meine pläne weil sonst nix hier wird ja sonst nix wird dann einfach als reservebus ja weiß nicht jetzt was geht da denn als reservebus verplant das fahrzeug hier reservebus solo dann gucken wir nochmal eben beim gebraucht markt vorbei gelenkbus vier türe hier ok bei solobus was haben wir da schönes eigentlich gar nicht so was schönes eine menge defekter fahrzeuge auf jeden fall wir haben setra 319 nf freigeschaltet und bei solo haben wir glaube ich den mann erführung ist auf jeden fall fantastisch der kommt und sehr gute aber leider aktuell noch nicht aber ich werde nochmal hier einen zwei gelenkbusse holen für die stadt gotttingen genau die werden das auch schön an weiß dargestellt genau haben die auch schon parkplätze doch hier sind zwei stück noch so wir kriegen anruf mitarbeiter braucht dringend urlaub ich habe heute ski ich habe heute ski so wo sind wir eigentlich sg 107 ach so steht eigentlich da da hier unten kann platz naja ich muss mal mein betriebshof irgendwann nochmal ein bisschen aufräumen hier das ist ja fürchterlich naja gut okay dann können wir wenigstens für morgen das so machen und dann für freitag vielleicht nochmal neu so frühschicht spätschicht genau stadtbus genau reservbus solo wird nicht benötigt gut da haben wir noch ein bus frei okay warum fährt der jetzt hier wieder stadtbus das geht nicht stadtbus ag göttingen der fährt auf jeden fall 185 110 genau die fahren auch alle hier schon die 42 der fährt 185 150 das passt auch nicht komplett fährt der okay das ist nicht so vorgesehen ebenfalls nicht warte mal könnten wir das so machen okay das heißt uns wenn effektiv 3 4 5 6 7 ein gelenk bus gut okay man können natürlich jetzt hier was hinzufügen hatte mal das könnte man hier mit reinmachen und dann was das hier dass er nur schulrückfahrt genau dann macht man den bus noch warum hat er jetzt seiten gewechselt spätschichter drauf dann haben wir jeweils noch ein bus der hört dann die eine runde hier und dann aber 17 uhr noch mal der fährt dann komplett spätschicht der fährt dann hier ich kann mir die bus auch eigentlich alle hier zur volke verkehrsgesellschaft dazu fügen so wobei ich theoretisch den jetzt selber lasse genau dann wo ich vielleicht noch mal einen reservenbus das ag göttingen reservebus gelder fährt shuttle genau jetzt hätten uns nur noch ein normaler stadtbus ne ach so weil der reservenbus solo ist genau den packen wir mal okay gut dann müssen wir jetzt oh warte mal was ist denn gerade eigentlich hier ach du dickes toastbrot was ist denn da los und und wir haben vier schalter nicht besetzt oder was um 12 oder heute alle überlastet jawohl ich stelle einfach mal alle ein hier wenn er hoffen dass hier vielleicht noch mal aber wie lange wir geöffnet bis 18 uhr oder das machen wir es 19 uhr heute und hoffen dass wir noch alle leute durchgeführt kriegen weil es gibt gerade echt fett geld so aber irgendwie sehe ich von meinen neuen servicen mitarbeitern gott war nix und ob wir haben kleines service center problem jetzt ist voll besetzt okay es geht die wartezeit rapide runter aber das ist so eskaliert hätte ich nicht gedacht wir müssen unbedingt gucken dass wir die mobile app auf jeden fall dann wir gehen so wir sind wirklich zufrieden alles klar wir haben jetzt mal eben hier neue sachen freigeschaltet wieder mal wieder solo und gelenkbusse usb laderanschlüsse auch sehr gut und wir können das betriebsgelände vergrößern super und wir können die unser unser netz erweitern jetzt muss ich mal eben noch mal gucken was ist denn da die 110 komplett voll okay jetzt muss ich nur mal eben gucken in welche richtung mussten wir jetzt noch mal erweitern weil wir hatten ja hier oben glaube ich alles vollständig genau wir müssen jetzt auf jeden fall nach links erweitern also nach links obwohl eigentlich nach ja nach unten und nach links eigentlich okay also erstmal nach süden und dann in den westen theoretisch ob das durchgeht natürlich nicht schade manchmal für den back klappt zu überlegen gerade für größer müssen wir eigentlich noch nicht oberton der setra ist ja völlig ritz sein mann 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 das fahrzeug so schickt jetzt katastrophe so das hätten wir jetzt kommen das und das machen gut dann haben wir dafür unsere linie erweitern dann müssen wir jetzt wohl über doch noch mal ein gelenk bus kaufen und ein solo ich kauf den schon mal muss den aber eine neue fahrzeuggruppe hinzufügen und zwar ist das hier der adelebsen xl bus in klammern 15 meter super so die in die gruppe kriegt der bus nämlich dafür brauche ich eigentlich zwei kauf erstmal ein da wird natürlich schön rot wie sich das gehört fantastisch dann brauche ich jetzt noch die parkplätze dafür eben zwar jede zwei großen hier ist ja bereits alles früh bis auf viel kann noch solo bus kaufen und dann kaufen wir uns noch mal eine solo bus und zwar noch mal einen knackigen obwohl warte mal wann kommt der neue bus jetzt wo die brauche noch müssen wir kaufen jetzt noch mal ein wg guck denke ich mal oder zu dauern obwohl die wg ist ja deutlich effizienter muss man schon sagen kaufen wir uns noch mal davon ein der geht auf transfert alle sind glaube ich erst mal so wieder schön rot fantastisch wir müssen auf jeden fall das umbauen wahrscheinlich müssen wir doch vielleicht unseren betrieb zu vergrößern das macht ja so nicht wirklich sinn aktuell so arbeitsplan innenreinigung bei saug und dann auch ausnahme unter 80 super so dass das das genau so dass das ist das ist gut eigentlich soweit ne genau jetzt gucken wir morgen den schichtplan rein und tun nochmal neu zuweisen damit sie wieder zwei bus ohne weil einmal stadtbus ag göttingen hat auch neuen gelenkbus gekauft oder nicht 17 22 uhr der fährt vorher nix und fährt dann erst abends okay gut ok 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 21 21 uhr ok spätschichten jeweils bis 15 planen wir den einfach mal hier drauf und der fährt schon komplett der fährt nur eine frühspitze der tagesdienst der fährt auch nur eine frühspitze das ist gut weil das prinzipiell unser ersatzwagen hat mir gerade eigentlich nichts anderes übrig weil könnten hier den bus draufsetzen und das einsatzgebiet vergrößert jetzt gucken wir noch eben schnell wieder das einsatzgebiet aussieht das neue ich weiß also das wird so nicht reichen müssen wir hoffen dass wir ja noch recht schnell unsere erweiterung kriegen dann mit den nächsten pokalen und dann müsste es eigentlich passen so genau ok es sind 15 und der fährt um 17 20 das ist zwar super knapp aber wenn du mit verspätung fährt egal egal gut ok so der bus auf jeden fall noch ein effekt er muss noch in der werkstatt näher und so das teuer so wir haben 310 sterne wir müssen unser betriebsklima verbessern und was ist kostenlos also das kostenlose nehmen wir mit alles was kostet net 360 bräuchten wir jetzt ok aber wir sind jetzt hier kommen wir nicht weit genug leider wir müssen noch weiter nach unten und nach links das ist blöd aber gut das ist dann die sorge von unserer nächsten folge wir müssen auf jeden fall noch mal das ländliche gebiet ein bisschen mehr erschließen auf jeden fall ich überlege gerade wir können auf jeden fall noch die eine andere tour machen auf jeden fall das ist gar kein problem aber gut ok ja aber jetzt mal sagen was das für die folge das war jetzt eigentlich nur eine recht simple einfache folge mal so grob hier einfach mal drüber gucken mal ein bisschen was neu holen wir sehen es geht auf jeden fall mittlerweile echt gut voran das heißt wir haben mittlerweile echt stadtliches unternehmen wir müssen auf jeden fall auch unseren hessischen betriebshof umbauen aber aktuell würde ich erstmal die linienabdeckung weitermachen und mich dann um alles andere kümmern ja wir trotz dessen erstmal sagen vielen dank fürs zuschauen und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und ciao